Das 13. Brattler-Adventsfenster ist dieses Jahr im Museum im Bürgerhaus. Da kommt das Fenster noch der letzte Schliff von Christina Ramseier und Alexander Keller über, beide von Kultur Brattler, die die Beleuchtung montieren. Das Fenster ist von Kindern aus dem Längequartier gestaltet worden. Sie machen mit im ausserschulischen Förderkurs für Kindergartenkinder. Am nächsten Dienstag, am 13. Dezember, zu oben um halb siebends, geht dann das Fenster auf. Dabei sind dann alle Kindergartenkinder, die die schönen Engel und Sterne gemacht haben, und ihre Eltern und auch sonst sind alle von Brattler eingeladen zu einem kleinen Umdruck. Am Dienstag des Abends haben sich dann für die Eröffnung dieses Fensters eine ganze Schar von Leuten und Kindern vor dem Bürgerhaus auf dem wie nächtlich geschmückten Schmittiplatz getroffen. Mit dabei natürlich auch die beiden Leiterinnen des Kurses, Claudia Sigg und Monika Illy. Was ist das für eine Nacht, Herr Torsten Heiland gebracht, und aus den armen Menschen richtig wacht? Zum Abschluss gibt es dann noch eine kleine Belohnung. Das serviert von Claudia Sigg und George Warhol von Kulturbrattler. Unter der klaren Himmelschein schnippen wir durch die Zauberwelt, weiss glänze Winterwald, freudig jung und alt. Willi sepp, Willi sepp, Willi sepp, Eislaßen, freudig jung durch den Schnee. Willi sepp, Willi sepp, Eislaßen, voll bis wieder Weihnachten.